WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 All right, now let's welcome everyone next graduate, please welcome, May. Thank you. 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 Let's welcome our third designer from University of Charlotte. Please put your hands together and let's welcome Amira. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 All right, there you go. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, good job ladies, really great job, but for now, just stay there, stay there, we're not in luck with you, because, I want to shut my hand if you don't mind. I don't know. This is a little bit of cuisine, just a second. Shut your hand, I'm waiting for you. How are you doing today? Your comments is yours. First of all, congratulations. These are your graduation pieces? Yes. Amazing. I'm very impressed, how many years of it? Four years. I was going to ask you a question about where your inspirations come from, but can I ask you where you're going forward from here? I think the discussion show was an amazing experience, we learned a lot from it, and hopefully it was good exposure for us, so people can see our work, and hopefully they love it. Did you love it? You can see it. Yes. Yes. Thank you. I'm very proud of you everyone who is here. Vielen Dank! Sie haben einen von vielen anderen Menschen in der Sowjetunion. Sie sagen, ich bin jemanden und ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Sie haben uns alle erzählt. Sie wollen, wie er seine Meinung hat, über die Fähigkeiten, über was sie gelernt haben? Kannst du uns etwas sagen? Kannst du ein paar Ideen mit anderen Designern Das ist ein paar Ideen. Das ist ein paar Ideen. Die Erfahrung ist sehr gut. Das ist eine neue Idee. Die Studie ist sehr großartig. Die Studie ist sehr großartig. Die Studie ist sehr großartig. Das ist unser Projekt. Die Studie ist sehr großartig. Ich danke dir. Die Studie ist sehr großartig. Can ich fragen? Ich würde sagen, in Phi insane finde ich ein Weg, etwas zu erkennen. Mit kleineren Ideen kannst du dir anstrenzen. In der Fähigkeiten kannst du fühlen. Untertitelung des ZDF, 2020